Okay, los geht's. Go, go. Hier, nimm mal. Kasse diese Scheiße. Warum habe ich die Ads? Wie ist der Plan? Der Plan sieht so aus. Eine Tür, eine hier und dann... Wir russen hier einfach. Jawohl, ich hab dir so dermaßen Damage gegeben, Mann. Boah! Herzlichen Dank. So, ich bin grad bei A. Also wenn ich sterbe... Also oben zumindest, ich weiß nicht, ob das A war. Wo hat denn der das M4 her? Das freu ich nicht grad auf. Ich auch. Kann dir mal einer fragen? Der ist oben. Ups. Das war die Ecke. Okay. Ich weiß nicht, ja. Ich glaub, weil er sich vorher schon selber gekillt hat. Und dann hat er ja schon ne Runde bekommen. Also schon ein Einkommen wegen Niederlage. Ach so stimmt. Stimmt. Ja. Oh ja. Nein. Das ist natürlich nicht. Ah sie. Ganz ruhig. Ja. 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 und wo er haben als er der Wächsitz der im letzten Moment nimmt er noch irgendeine scheiß Waffe auf Alter ich habe mich voll verjagt nicht noch nicht starten musste werden ich bin schon unterwegs ganz hart mit Sahne an Leuchten, einer hier wer geht rauchen ich gehe nach außen von B kommt einer auf ja wo ist unsere Bombe eigentlich? alles was ist? wenn sie bei B, wenn sie okay ist Ja, kannst du so gerne so ein B.S. Fipsi gerade runter. Das ist doch ein Scherz, ey. Nein, Mann. Fick dich, ey. Was? Oh Mann, ey. Wir sind so genügend. Komm, weniger Wein, mehr töten. Ja, ich weiß. Ich geh außen. Okay, wieder einer durch die Tür, wieder einer links. Und das am besten gleichzeitig. Okay, und go. Eine außen. Oh, einer ist noch oben. Oh. Okay. Okay. Oh Gott nein Ich hab sie gar nicht mehr gesehen die Menschen ein Erwärts er erscheint Wer lebt noch Ich mein danke von uns aber keiner nur ist er auch sechs Leben kann sich aber ganz ganz schnell ändern ich sag doch es kann sich ganz ganz schnell ändern ja selber planiert wieder auf die Verwecken und dann muss und weil sich die Bombe schnappen ok zu gehen oder ist ja die 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 Meine Bombe. Wo gehst du planten, da oben? Beißen. Scheiße. Fuck. Woher das... Ey, leck mich doch an eine Möse, ey. Ne, lass mal. Oh, der ist tot. Ich wollte gerade schreiben, dass er teilt. Oh Gott. Folg mir mal über außen. Ja. Habt ihr Rauchgranaten oder so? Oh Gott, ich hab was anderes. Alles klar. Habt ihr den? Wieso? Wieso geht der nicht über außen? Von wem? Es wiese 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 gehen wir hier jetzt hin? Fragen Themen? Äh, gute Frage Den wir runter noch spielen? Ja, nimm einfach den schnellsten Weg erstmal, aber... Wo ist er? Der war oben bei den... da wo man zu A zur Leitung hochkommt Leichen Leichen Das runter zum Weg geht Lassen wir einfach oben, ok? Den hier oben nicht, also ist er wahrscheinlich... Ok, dann fängt sich bei ihr an Ich weiß nicht ob er da irgendwo kommt, ich schaue gerade Echt mal hier Ich mach doch gar nicht 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 Kommt einer mal mit Irgendwie gab es hier einen Trick, mit dem man dann hier einen hochkommen konnte Also praktisch doch nicht außen Nee, du perverse Sau Einer hinten Steht bei sich Uh, das kommt keiner mit hoch Ja, aber wer vorher gesagt haben, wir gehen außen Ja, aber wer vorher gesagt haben, wir gehen außen Einer steht main Warte Warte Das ging auch für außen Der Blubbelblaser, der steckt immer mehr ein Nein Deswegen, dann wäre man nicht da oben Alter Geile Wildsau Nice Der macht uns kalt, Mann Weil es gibt nämlich einen Trick, mit dem man da oben auf dieses Silo kommt Machst du ihn mit pushen? Ja, mit pushen Müsst ihr beide hochschwingen, aber das will ich jetzt nicht tun Main Anderer Weg, anderer Weg Der dürfte nicht mehr viel haben Ja, du hast... Verfickte Wichse Wichse hat noch 63 Alter, verfickte Scheiße Boah, Alter, ne? Der Junge geht mir auf den Sack Wie viel hat der hier letztendlich noch? Ich hab ihm auch noch mal einen neuen gemacht Ja, 54 hat er eine Ach, immer noch Okay, wieder lang? Diesmal alle? Nee, ich hab nur P90 Ich kann nicht lang gehen Ich kann auch lang gehen Ich hab die Rotze Okay, dann gehen wir B, oder was? Ja, wir lenken so ein bisschen ab Nö, hier kannst du eigentlich noch laufen, oder? Ja, komm mal auf Ja B würde ich nicht gehen Wobei, wir können den pushen Ah, was? Gepusht B ist frei Nice Nice Hast du dir grad die schöne Waffe genommen? Ich wollte mir die schnappen Kommt, leg die Womme Kommt, leg die Womme Wend Fuck, läuft auf Schacht Down Andere ist hinten Boah, ich treff den nicht, ey Hammer Nice Nice, Baby Du hast aber richtig hart eingesteckt, ne? Ja Äh... Jetzt ist die Zeit Äh, wir können über außen gehen Was? Ja, wir können außen gehen, genau Ich schmeiß' ne Blendgranate Okay, geh du mal komplett durch gleich Ich bleib' weiter hinten Und... Da ist einer Da ist einer Nein, außen, zwei außen Da ist einer Da ist einer Einer ist mehr, ne? Lass ihn mal pushen Ja Gut, nur noch Fipsi da Wo ist Fipsi? Nein Wir hätten auf 46 liegen Nein Hey, fick dich Ich dachte, ich krieg die Punkte noch Fick die Scheiße Fick die Scheiße Ich weiß, ob ich euch nicht höre Was jetzt? Wir gehen über... Weiter über Mitte Mitte, ja, genau Mitte und da gucken wir erstmal, ob wir irgendwie killen können Ja, warte mal ein Ich werd mal ne... Äh... Ablenkungsgranate B wäre frei Ja, ich geh' bei A eben gucken Geht... Aua... Geht immer B runter Ja... 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 Wohl noch gern denn dann, nein... Die ist keine... Ja, Plente... Plente... Troll, du musst blenden. Troll, du hattest die Bombe, ne? Ich hatte keine Bombe. Jetzt hab ich sie auf jeden Fall. Achso, soll ich irgendwas legen? Ja, leg mir bitte ne... Ach ne, hab ich. Ne, nächste Runde dann. In Ordnung. Nächste Runde kannst du mir die AK vielleicht legen, das wäre super. Ja. Ich geh mal außen. Kann mich irgendeiner pushen? Ja, ich will zu suchen. Was muss ich denn machen? So, komm. Willst du hin? Ich glaube, du musst es dann hochgehen, äh, aufhören zu ducken, wenn... Nein, fahr! Okay. Vielleicht haben sie es auch irgendwann mal gefixt. Hey, du kommst doch hoch, du musst, äh, ihr müsst echt Zeit aufbringen. Okay. Ah gut, dann wissen wir jetzt immerhin, dies geht. Geht echt toll. Oh, ich höre was. Irgendwann geht irgendeine... Oh, ich höre was. Kein Teil davon zu denken. Wir wollen Sie einen noch nicht wieder незignant lijden jetzt aber nicht laufen müssen, sie Real ja noch nicht mehr reden, ihnen machen wir vielleicht nicht mehr da hinwo so lange schützen. Heildkes, Magistris, Magistris, Magistris schliers... Ach so... Ich möchte mich als ElternED im throat race Victoria und Leiterinnen a month